Hallo, mein Name ist Alexandra Lehmler, ich bin Saxophonistin aus Mannheim und das ist Matthias Debus, Kontrabassist, auch aus Mannheim. Und wir spielen heute in Ladenburg im Atelier 47. Wir freuen uns total drauf und sind total gespannt und nervös. Und es wird ein Wahnsinnskonzert und ihr könnt euch das jetzt anschauen. Es wird ausverkauft sein. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018